ok badewanne glänzende kupferwanne von kein schimmer mag ich nicht wow pfötchen an der wand geil ist das hier schild zwei freunde hundezimmer schild der lebensretter der klirrende krug pp auch coolio und ok apollo was das alles gibt alter schwede kalender sechs tage mit haustieren hundekalender auch geil alle braven tiere wow ok das ein bisschen groß und der poster hunde allein zu haus macht es ist das bild war auch das auch groß wie konnte man das in der höhe verändern da so geht es jetzt nicht da geht es wow was haben wir hier alt brindleton ok noch tischchen knotiger beistellt ist auch hübsch bei diesem kaktus eingegangen bedenklich beistellt tisch zum beistellen lebenstüchtiger beistellt tisch auch schön bett also da haben wir hier die gemütlich kunstfertiges das finde ich gut energie sex stress gemildert die betten sind auch da die betten sind auch da die betten sind auch noch kuschelige kommode die sind aber schön die sind schön mir fand die gut die war deine katze war robuster als ein kaktus ok wo ist das rustikaler flurtisch wohnzimmer sessel ja klassischer arm sessel gibt es ja noch ein schön naja nicht wirklich gut der flüster sessel couch wenn so ein haustier sofa aus holz beobachtungsbank die ist schön die können wir draußen hinstellen extra breiter zweisitzer für draußen auch geil sehr geil sofa für weitere kissen was ist es agatha schmusis zweisitzer was das denn ach und ist der für drinnen auch cool königin mole sitz meine großeltern hatten mal eine katze die hieß mole das ist auch geil oder können wir dann mal bei zeiten unser wohnzimmer schön machen kaffee tische salziger ozean ok ist auch schön das gefällt mir das gefällt mir was haben wir hier kamin roh gemütliche wärmequelle oh elite kamin ost oh oh schön aber mit spiegel sogar obwohl die normalen sind auch gut wieso habe ich noch kein kamin hey grüß dich virus die mucke gefällt dir das schön skulpturen miau von lightbild hier nicht bellen und erfülltes rasen schild immer schild hinweist keramik und für immer und ewig schnäuzelchen brindleton bay der anker der sankt bernhard oh hundekraub servus servus so stühle entschuldigung cousin seps lieblingsstuhl naja lustikaler esstisch beisteltisch oh das ist aber eine lange tafel auch geil deko hund ein diagramm achso das ist für die praxis dann auch cool 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 bars captain bartholomeos bar ich würde von dem frühen stream überraschend hängen nach halbem haushalt ja der kam umgelegen ne ich dachte fuck jetzt streamt der idiot schon das soll ja scheiß ok na da ist mir ein bisschen zu die regale auch schön die gefallen mir echt gut das ist jetzt nicht so aber diese neuen dinger in dieser holzoptik das finde ich ganz geil aquarium kistenzuflucht oh gummitarium ok gerümpel knabberschlabbis von wuffknuff knabberschlabbis oh das ist aber viel die knabberschlabbis das ist eine katze wo ist denn ein hund da feierabend bester abend das stimmt sehr gut virus sehr gut notwendige instrumente ja das ist dann für die praxis tupfer warte bällchen tier snacks schmackofazis dein flauschiger freund hat die schnauze voll von den ewig gleichen langweiligen chaos snacks dann brauchst du ein glas schmackofazis aber auch sind die köstlich bücher stapel naja was haben wir hier schlabberschmatz nur für kinder na gut was haben wir hier noch essen stand von lachs und forelle okay das ist dann so ein imbiss meeresfrüchte fangen des tages picknick tisch oh yeah outdoor dings cool jetzt hier level 2 der tierärztfertigkeit ach so ist ein tierärztbriefkosten und eine lampe eisenstangenlampe oh krass okay so was gibt es hier noch neues dachskulpturen okay oh auch nicht schlecht was hier entsteht also wir haben ja das hunde und katzen add-on und wir schauen gerade was das alles neues gibt und dann müssen wir mal gucken hä sollst du auch neue geben wo ist das ah hier schicke streifen aha sind doch nicht mal so schick vertäfelung doppelt gemoppelt vertäfelung oh ja oh schade okay hier so okay sagen wir hier boden oh alter hickory alter geil der ist mal geil der boden im naja was heißt im sims virus ich habe vorher schon die ganze zeit sims gespielt auf youtube gibt es gibt es folgen von mir dreckige werbung ähm und naja da jetzt letztens das hunde und katzen add-on kam das muss ich mal spielen guck mal der boden der ist richtig toll wow der gefällt mir gut schuldig ach so schludriger anstrich ich habe gelesen schuldiger auch nicht schlecht das vergesse ich bestimmt wieder aber falls mich jemand daran erinnern möchte der boden ist geil der hickory wo ist er denn jetzt wo ist er denn jetzt oh scheiße alter hickory geil im hunde videos ja das stimmt he he ja ne ich strahle halt begeisterung aus schnipp schnipp was ist das hier vertikales holz fundament ne ne entschuldigung was haben wir denn hier gute alte scheunentür hm ok klar das alte scheunentor haha auch nicht schlecht ok scheune was ist das hundetür oder was ah tier doppeltür hm ach wie lustig wie lustig ähm was haben wir hier noch fenster fenster also einfach obwohl die sind auch nicht schlecht so schlecht oh das ist auch gut ok oh krass ja das stimmt ja warte mal bis ich jetzt wieder das spiel dann geht es wieder so ab dann hat man auch die ganze zeit da sind so sims ja so eine einer küstenschutz naja doppelte scheuntür ja für so ein bahnhof ist es natürlich nicht schlecht was geländer händefrei säulen was kann die nix das ist ballustade aha was ist jetzt ich hab doch bei fenster hab ich doch gesehen und bei türen muss ich doch jetzt nicht alle da durch machen oder doch scheint so die musik ist so die soll nur im hintergrund so ein bisschen rieseln entspannen was das hart hartriegel was ist hartriegel oh oh hier wird sie gegen den barm noch gut machen ne weiße bürger oh 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 okay sehr fett was haben wir hier tagliege auch schön vormschnitt katzenliebhaber vormschnitt stolzer pudel okay steine okay ich glaube jetzt haben wir alles ne ja oder was ist das hier was sind denn das jetzt für sachen wozu gehört das revolutionärer wandfächer halbstrauch musik könnte etwas poppiger sein nee nicht so zu sims und minecraft haben wir immer diese playlist sie einschlauermusik kleinen gar nicht drüber okay flurregal ja auch schön das sind echt schöne möbel das gefällt mir das gefällt dem nicht heilmittel was herstellung von doktor heilmittelherstellung ach so das ist dann für die klinik öffentliches klosett wie wieso gefürchtete transportbox das ist richtig das ist korrekt oh transportbox tierarzt tierarzt taburett podiumdirektanmeldung medizinautomat untersuchungstisch wieso ist der ranzig chirurgiestation bräder gesundheitsisch ah der sauber staubsaugerroboter oh oh das ist natürlich praktisch staubsaugerroboter so jetzt haben wir alles ne ja was soll ich denn hier gestolene halskette von herzogin pinky ach so das habe ich gemobst irgendwo okay okay gut gut ich glaube der wind song ich weiß gar nicht mehr so ich glaube wir haben alles gemacht wir müssen jetzt hier schüssel füllen füllen und wieder zum fressen rufen machen wir jetzt mal gell jetzt haben wir alles was ist das denn ja was selda hast du nicht gesagt was hey kojoba ja dumme schöne fressi ja dumme schöne fressi ist ein bisschen viel für dich egal das schaffst du schon ja 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 ich meine heute muss ich früh pennen wo sehe ich denn ob der hund durchstieg ist oder so ich habe halt jetzt nur ähm ich habe halt jetzt kein ja fein so ich muss mich mal hinlegen und das hilft nichts kommst du ja hier komm mach auch mal Bubu vielleicht erst so was für aufstehen alter immer so eher der pokémon zocker und fifa ja pokémon mache ich auch und fifa auch und 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 der kommt hochgehoppelt oh mein Gott ja 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 hallo ja das schlafe ja hopp 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 ja und hui so herrchen herrchen tut jetzt auch schlafen ja fein oh guck mal das genau wie unserer das ist glaube ich meiner oh scheiße wir müssen gleich nicht auf aufstehen schluss mit schlafen und aufstehen ich nicht 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 oh wir müssen fotografieren wenn er so liegt moment oh und wieso kann ich das jetzt nicht drehen verkackter kack das ist sehr doof dass ich das nicht drehen kann oder kann ich es drehen und bin nur zu dumm leider nicht unten ah warte mal hier ne da endet es bloß das format schade ist das hier kleines foto filter anzeigen nee ich möchte aha sagt er ach warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ist es von ne es geht nur aus einer bestimmten Position ich weiß nicht warum ganz unten der schieberegler oh T-Punk Co ich danke dir ojojoj 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 so foto machen yes please ojojoj 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 vito hat aufmerksamkeit erregt flotte pfotenprodukte was vito hat aufmerksamkeit erregt flotte pfotenprodukte hat ihm als aufstehenden simsagram-star ein kleines präsent für seine außerordentlichen Bilder gesandt sie in den haushalt inventaren fahrer mit der hervorragenden Arbeit also jetzt habe ich über 25 das ist natürlich richtig krassen das ist natürlich richtig krass jetzt kann ich mir die fotos auch noch schau mal jetzt kann ich mir die ohne foto oh mein gott das ist nett ich flipp aus jeder der jetzt denkt so ein idiot der soll mich am arsch lecken mein gott ist das super aber ich glaube das spiel kommt besser für einen wenn man spielt wenn man selber ein tier hat wenn man kein tier hat dann denken ist wahrscheinlich also nicht aber wenn man selber ein tier hat dann ist man voll am ausrasten ich mache hier so eine hunde guck mal ich mache hier so eine galerie hin schau mal alter ist das geil was mit meinem garten was ist heute sonntag ich muss übergießen ich habe keine zeit so es hat geheißen haushaltsinventar und ball haben sie mir geschickt ehrlich zu verarschen naja dann legen wir den halt legen wir den halt da hin aber hier oben auch was zum spiel soll jetzt den hund wecken auch wir müssen moment schüssel füllen das wichtigste ist der hund versorgt sein alles andere darauf geschissen aber der hund muss versorgt sein heißt demnächst ist das schlafzimmer vor ich das kann gut sein aber ich wollte ich wollte eigentlich nicht so so ein palast von hunde zeug machen weil das ist dann einfach free gig aber so eine galerie mit fotos finde ganz cool was ist jetzt auch so kommt ich habe aber dieses den schädel und ich da oder weiß es sonst jemand muss der hund nichts trinken lang die meiner frist weil ich will nicht dass mein hund verdurstet kriegt der trockenfutter der doch bestimmt an durch glücklich weil er lulu macht sehe ich schon ja die brauchen kein ausserspiel danke t panko ich danke dir das ist gut weil da hätte ich mir jetzt echt so gemacht ja wo läuft der ding hin flinkt aus der toilette ja das wäre mir auch recht ja genau man fängt immer erst klein an und dann ist das haus voll hund hund also kann man damit seine treppen gehen nein möchte ich jetzt nicht mit dir bin ich doch sowieso verstritten was solltet der angespannt ich habe dir geht so kurz gut wir gehen jetzt erstmal hier rein und wo ist der hundi oh mein gut der macht der boobu auf der couch moment der macht boobu auf der couch und der schnacht der schnacht auch wie unser hund der schnacht genauso das ist unser hund das gibt es ja gar nicht der schnacht auch so wie du komm doch mal fressi was ist hund ich will mich aufwecken hallo herrchen ist zu hause bist du zu kurz dünelig was ist denn eigentlich ich habe doch eine freundin hätte ich gedacht oder das ist das ist ein havanese das stimmt sowohl im game als auch rl nie noch nicht den haben wir jetzt erst gerade moment ich rufe ihn mal zum essen das mal was ist die kam für den was kochen moment ich muss jetzt erst mal mir was kochen bitte wir machen jetzt einfach mal das weil ich bin total überfordert eine von die kaliente schwestern frage mich jetzt aber nicht wie die heißt ich muss kurz pause machen ich muss nämlich auch dringend mal auf toilette und dann weiß ich bei youtube wo ich schneiden muss dann mache ich später pause dann muss ich wieder so blöd schneiden und das kacke was macht der hund was macht der hund der ist noch wieso setze ich mich denn da draußen hin zum essen ausgezeichnet ok was haben die in einer verwandtschaft hallo jetzt geht die treppe also gut und so macht es in voll speed da ist es nicht so langsam wie der wie schnell die treppen hoch paced und wir müssen jetzt mal hier bewässern müssen wir jetzt mal der hund muss sich jetzt noch mal selbst beschäftigen auch ja tut er auch ja ein saubacker was ist das was ist denn das sind die hunde das für dort kommt der geht dann nicht jetzt um ich muss auch mal ernten ach du scheiße aber ich mache jetzt mal kurz pause